hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von rocket league mit dabei ist noch immer der mentors alle steffen und der julia guten tag und ich bin natürlich wie der rammel macht ja am meisten daunen das war nicht meiner ich bleibe wieder hinten ich bin mal cool hier ein bisschen weil man kassel übertreiben ich weiß nicht wo die hinspielen aber das ist eigentlich ganz kürzer ah verdammt glaubt mir der mein boy ist der bekloppt ich wollte gerade sagen leute na na bitte nicht das ist festgefroren wie einfach alle daneben springen gerade komm 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 wie wir alle daneben springen ich sauge in der mente schießt ihn nach vorne und schuh ist so ist es ich wollte einfach nicht auf den kopf einfach nur geil jetzt muss man das hinten bleiben das hat weh getan er ist nicht drinnen leute aber ich habe ihn jetzt fast reinkaut ja der ist so krass muss ich nur ins tor stellen und schon ist er drin quasi und weg keine chance ah gut ah ah eher ein door loss man ok ich mache hinten lustig verpiss dich junge er hat mich getauscht irgendwie hat mich weggeschlagen ich habe 20 punkte nur weißt der boost war richtig gut gerade ja muss man sagen ähm einer von euch muss hinten bleiben oder beide hat er vergesst wir haben gesagt nur ein tor kriegt hat der so einen scheiß er hat mich zerstört was ist denn das für ein zack oh oh nächsten oh ok nix wir haben neben springen dann kickt er mich weg genau jetzt so ein sack was ich habe ihn zerstört noch nein bist ich ja wohl ich musste dennoch wegkicken wir sonst hätten noch erwischt ich habe jetzt kein einziges du bist jetzt oder ich schaue ihn erst mal den duß drauf dass er weg fährt wie eine sau am ball vorbei nein nein wieso hat das Einfliegen jetzt nicht gezielt weil der glaube ich genau da drauf gehört hat in dem Moment wenn du wenn du nicht direkt in kontakt hast zu dem ball oder beziehungsweise danach musst du das machen wenn davor kannst du den ja wieder umhauen nächsten 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 er macht auch mal ein tor ja aber guck dir an wie alles explodiert um dich herum ganz fast gemütlich fern und halt erstmal zum doof einer von euch muss hinten bleiben ist nur gut dass du noch da hinten stand ey der kickt ja mich weg das für einer auch verdammt ich bin zwar noch dran gekommen aber nicht gut genug boah das war mies mit dem bluten oh schade 30 sekunden noch oh da geht das tor ne doch ich habe ihn einfrieren können oh sorry Mentos ich sehe nirgends besser NEIN ich habe mir gedacht der kommt ein bisschen früher runter naja gewonnen haben wir auch gut tschui einfach nur da steht du weißt du so wie oh ich habe schon wieder ein taxischilb ah jetzt habe ich das taxischilb raketenspur ja liebe leute das war es schon wieder mit der erfolge ähm wenn ihr euch gefallen hat lasst ein däumchen da lasst ein abo da bis dahin tschüss Ö ö ö Vielen Dank.